was sich wohl indirekt ein Stück weit an mich richtet und ein Stück weit an den Tweet, den ich da geäußert habe. Ja, ich bin gespannt. Ich bin gespannt tatsächlich, dass ich da so, also ich fand es interessant, sage ich mal, dass ich da so viel Gegenwind bekommen habe auf diesen Tweet beziehungsweise so viel Feedback erhalten habe. Nicht mal Gegenwind, sondern auch Feedback. Das war auch ein bisschen das, was ich mir gewünscht habe. Daher auch natürlich die sehr, sehr scharfe Formulierung mit dem Wort Verachtung, was natürlich da eine große Hyperbel darstellt. Das ist aber bewusst gewählt gewesen und bin auch froh, dass das in dem Falle solche Wellen geschlagen hat. Aber ich würde sagen, wir schauen uns jetzt erst mal ganz kurz das Video an und gucken mal, was Day ganz kurz zu sagen hat. Ansagen alle Influencer, Thema Amerika. Ich bin gespannt. Herzlich willkommen. Vielleicht fühle ich mich später in der Lage dazu, euch persönlich zu begrüßen. Vielleicht fühle ich mich später dazu in der Lage, ein paar Subs vorzulesen oder irgendwelche Dations zu machen oder allein die Alerts mit Sound durchlaufen zu lassen. Aktuell habe ich einfach keinen Bock. Ich habe mir die ganze Zeit gedacht, what the fuck, du kannst nicht 4 Uhr morgens live geben, um das zu sagen, was du sagen willst. Nein, du willst nicht in das alte Muster zurückfallen, diesen Tilt zu schieben, den Stream anzumachen und dann eventuell was Dummes zu sagen. Aber ich hätte nicht gedacht, dass ich so beständig wütend sein kann. Dass ich so nachhaltig und beständig wütend sein kann. Gut, ich nehme an, dass wir hier auf jeden Fall schon jemanden haben, der sehr, sehr emotional geladen ist. Day scheint hier ziemlich sauer über etwas zu sein. Du hast dich die letzten Tage mit Kinderkram beschäftigt. Du hast dich mit Sachen beschäftigt, wo man mehr oder weniger sagen kann, ja, das ist so ein bisschen GZS, das ist ein bisschen Drama Mama. Aber es ist nichts, nichts besonders Schwieriges. Obwohl mir ständig, fucking ständig Leute in den Ohren liegen mit, sag mal was dazu, sag mal was dazu. Hey, weißt du, was da abgeht? Weißt du, was da abgeht? Ja, war bei mir tatsächlich ähnlich. Ich bin auch des Öfteren um den Verstand gebrochen worden, weil mich halt Leute wirklich penetriert haben tatsächlich mit Äußerungen zum Thema Black Lives Matter und dieser ganzen Debatte tatsächlich, den Protesten in den USA und ich mir auch bewusster mit Zeit gelassen habe tatsächlich, bis ich dieses Statement rausgehauen habe, was natürlich auch, wie gesagt, echt stark gewesen ist. Bis dato habe ich mich selber da nicht großartig zu Wort gemeldet, nur durch Retreats und ähnliche Dinge, Informationsteilung mich da ein Stück weit positioniert. Habe mich sehr, sehr viel mit Freunden, die davon tagtäglich betroffen sind, tatsächlich, ich werde jetzt übrigens, by the way, keine Subs und gar nichts vorlesen, habe mich mit Freunden und Leuten, die durchgehend davon betroffen sind, auch unterhalten, habe sehr, sehr viel reflektiert, sehr, sehr viel darüber nachgedacht auch und nachgedacht, wie man das am besten angeht. Ja, ich sage sehr oft M. Und ich dachte mir, ey, ja, natürlich weiß ich, was da abgeht. How the fuck should I not? Und es ist omnipräsent überall. Und es ist nicht omnipräsent überall, weil alle Influencer darüber reden, sondern es ist omnipräsent überall, weil jeder auf diesem verfickten Globus in jeder möglichen Sekunde einen Retreat, einen Kommentar, einen Like oder irgendwas Eigenes zum Thema Gewalt, den Protesten in Amerika und Rassismus sagt. Also ich glaube, dass jeder da tatsächlich, was du sagst, ist de facto erstmal nicht richtig. Äh, ich glaube, dass es gewisse Bubbles auf jeden Fall gibt, die sich da bewusst nicht positionieren und dazu nichts sagen. Das würde ich an der Stelle erstmal so omnipräsent überall, ja, in unserer Social Media Bubble sicherlich. Außerhalb davon gibt es aber eine Menge Leute, die sich da bewusst nicht mit beschäftigen wollen. Das kann ich so sagen, weil ich es tatsächlich, ähm, am eigenen Leibe von Leuten gesagt bekommen habe. Und ich habe die verfickte Fresse gehalten. Tag ist, wir haben Stunde null. Wir haben verfickt, die Zeit ist abgelaufen. Heute ist der Tag, an dem da zu was gesagt wird. Und heute ist der Tag, an dem eine Menge Leute ihr verficktes Fett wegkriegen. Weil ich hab die Schnauze voll. Are you fucking kidding me? Den Twist werdet ihr vielleicht mehr oder werdet ihr vermutlich nicht kommen sehen, aber es reicht. Es fucking reicht. Meine Zurückhaltung mit der Tatsache zu verwechseln, dass ich für das oder das einstehe, ist auf jeden Fall ein Fehler. Also werden wir mal klare Punkte beziehen, klare Positionen machen, damit man am Ende des Tages weiß, was ich dazu denke. Denn das ist ja das Einzige, was heutzutage eine Rolle spielt. Ähm, gut, ich glaube tatsächlich, dass es da ein bisschen missverstanden worden ist. Es will nicht unbedingt jeder wissen, was du dazu denkst. Das Ganze ist auf einer ganz, ganz anderen metaphorischen Ebene zu sehen. Und zwar das bewusste Positionieren. Es geht nicht genau darum, dass du zu jeder Sache deinen Senf tatsächlich abgeben musst. Aber ich glaube, es gibt, ähm, Diskurse und Themen, die man einfach schlecht ignorieren kann und sollte mit einer gewissen Reichweite. Aber, äh, ähm, ich guck mir das jetzt erstmal an und schau mal, was er noch so sagt. Was denkt dein verfickter Lieblings-Influencer darüber, damit du dir selbst eine Meinung bilden kannst? Und genau das ist der Punkt, den ich damit nicht ansprechen wollte. Ob nun politisch, äh, ob nun politisch, ob nun zum Coronavirus, I don't fucking know. Hauptsache, dein Lieblings-Influencer bezieht eine verfickte Position. Also es ist sehr emotional aufgeladen und schwierig für mich, das Ganze sachlich anzugehen. Das kann ich so an der Stelle schon mal sagen. Denn das ist das, worum es geht. Anscheinend ist es das, worum es geht. Oh Gott, ich hab mir darüber die ganze Nacht Gedanken gemacht. Ich konnte wenig schlafen, bis gar nicht. Und hab jetzt einfach, ich hab die Schnauze voll. Ich hab einfach wirklich die Schnauze voll. Also werden wir das versuchen, linear zu gestalten. Erstmal werde ich ganz kurz erzählen, was ich mit öffentlicher Positionenbeziehung für Erfahrung gemacht habe. Ich habe in der Vergangenheit so oft zu kritischen Positionen meinen Maul aufgemacht, meine Position bezogen. Und das effektiv Einzige, was hängen geblieben ist, ist die Tatsache, dass die Leute mich immer wieder mit meinen Finanzen angegriffen haben. Die Tatsache, dass Leute angefangen haben, meine Sponsoren anzugreifen. Ich hab mich über Charity aufgeregt. Leute wollten mich canceln. Ich hab mich... Gut, das ist natürlich eine Sache, die auch jetzt gerade in diesem ganzen Chiemster und HVHV-Ding, ich weiß nicht mal, wie man das ausspricht, oder ich kann kein Englisch, in dieser ganzen Debatte unglaublich groß gewesen ist. Ja, verstehe ich. Ist auf jeden Fall ein Unding. Dieses, ich renne den Sponsoren hinterher und sage, ah, schau mal hier, gibt's eventuell etwas und wieso arbeitet mit dem und dem zusammen, ist natürlich absolut nicht in Ordnung. Darüber aufgeregt, dass die Glorifizierung von Musikern, die an einer Überdose sterben, stattfindet. Leute wollten meine Sponsoren canceln. Ich hab immer wieder Sachen gesagt, die in irgendeiner Form tatsächlich kontrovers, vielleicht kontrovers, aber auf jeden Fall eine Position sind von allen verfickten Influencern da draußen, von allen verfickten Streamern da draußen, von allen verfickten, weichgespülten YouTuber da draußen und als Dank habe ich die Tatsache bekommen, halt deine Fresse, ansonsten canceln wir dich. Gut, alles klar, Digga, das ist, er ist wirklich tammsauer, Alter. Das ist die Mentalität, die da draußen stattfindet. Das ist das, was auf den sozialen Medien stattfindet. Ob du auf Facebook bist, ob du auf Twitter bist, ob du auf Instagram bist, no one fucking cares. Die wollen nicht, dass du deine Position beziehst, die wollen, dass du das sagst, was alle sagen. Das ist absoluter Schwachsinn und ich glaube auch, dass es ganz wichtig ist, dass man sich davon nicht einschüchtern lässt. Klar sind das Themen, die du da angesprochen hast, gerade das Glorifizieren von Musikern. Wenn du jetzt darüber sprichst, dass ein Lil Peep einer Überdosis gestorben ist, wird es tatsächlich eine Menge Leute geben, die sagen, Digi, der Typ hatte eine Drogensucht, was eine anerkannte Krankheit ist, hatte ein unglaubliches Selbstwertproblem, mentale Probleme, war depressiv. Das ist geschehen und das ist sicherlich nichts, was jetzt einfach mal so wegzukehren ist, dass Leute ihn glorifizieren, ist ein Stück weit nachvollziehbar, weil er natürlich ein Idol für diese Menschen darstellt. So, das, das, ja, weiß ich nicht, ist sicherlich eine Position, die du, du hast recht, es ist eine kontroverse Position, die du da bezogen hast, aber dass du sicherlich dafür Gegenwind erfährst, ist nachvollziehbar und absolut, absolut gerechtfertigt tatsächlich, weil Leute einfach anderer Meinung sind, was natürlich nicht geht und da stimme ich dir vollkommen zu, ist, dass deine Leute, dass diese Leute dann als Gegenwind den Weg zu deinen Sponsoren gehen und hingehen, dich da finanziell irgendwo zu beeinflussen, zu canceln, was weiß ich, bin ich, bin ich, bin ich, oder von Mac Miller, ist ja auch egal. Ich verstehe auf jeden Fall, dass das Leute getriggert hat und dass die sich da in diesen Diskurs eingebracht haben, aber natürlich mit einer Geschichte, die absolut nicht in Ordnung ist, nämlich, dass ich laufe Sponsoren hinterher und versuche da eventuell, ähm, ähm, eventuell ihm zu schaden, das ist natürlich nicht in Ordnung. Damit du verfickt nochmal dich in die Reihe einreihen kannst von den guten Guys, von den verfickten Good Guys, die dann alle dastehen und denen man auf die Schulter klopfen kann und ein Twitch-Prime-Sub wird dagelassen. Also ich glaube, du verkennst das hier gerade ein bisschen. Das ist immer so ein bisschen schwierig. Es gibt ja nicht, sag ich mal, die Good Guys und die Bad Guys, sondern jeder hat ja seine eigene Position und die Wahrheit liegt immer irgendwo in der Mitte im gesellschaftlichen Konsens. Oftmals ist es ja dann so. Ähm, ich verstehe jetzt nicht, dass du dich da jetzt als, als den andersdenkenden Hero darstellst. Das ist so ein bisschen, bisschen schwierig für mich nachzuvollziehen. Was zur fucking Hölle? Was hat das mit freier Äußerung von deinen Positionen zu tun? Von deinen Gedanken? Es geht nicht darum, dass du sagst, was du denkst, dass du sagst, was dein Gefühl ist, wofür du Stellung beziehst. Manchmal besolltest du das gar nicht, weil du viel zu dumm dazu bist. Ganz viele Influencer halten ihr Maul, weil sie wissen, dass sie dämlich sind. Weil sie wissen, dass sie keine Ahnung haben mit bestimmten Punkten. Und sie tun das zu Recht. Stimme ich ihm zu? Es gibt Dinge, da sollte man sich dazu äußern, wenn man keine Ahnung hat. Absolut richtig, ja? Wenn es aber jetzt bezogen auf das Thema, was momentan aktuell ist, geht, muss ich ihm da widersprechen? Komme ich aber dann gleich zu. Denn heutzutage wird man dafür gecancelt. Social Justice Warrior, da draußen Mahnwachen stehen, vor irgendwelchen Twitter-Profilen, die mit Anime-Naruto-Profilbildern auf deinem Twitter kommentieren. Das war jetzt aber nicht politisch korrekt. Die stehen vor deinem Profil und warten nur darauf, dass sie eine E-Mail rausschicken können an Sponsor A, Sponsor B, Sponsor C, Arbeitgeber D, damit du deine Fresse hältst. Damit du deine Fresse hältst. Warum sagen Influencer nichts? Hey, warum sagen die nichts? Ja, warum sagen die nichts? Weil das letzte Mal, als sie vielleicht was gesagt haben, ein Twitter-Video gemacht wurde, ein Instagram-Video, ein YouTube-Video, das über die verfickte Scheiße hergezogen ist, wo Leute in den Kommentaren gesagt haben, was das für eine dumme Scheiße ist. Und das wäre ja vollkommen okay, wenn es dabei bleiben würde. Weil die verfickten Partner angeschrieben werden und jedes Mal, wenn irgendwas irgendwo aneckt, das gesagt wird, das darf nicht mehr stattfinden. Ich habe aktuell ein großes Problem mit der Situation rund um die Proteste in den Staaten. Ich habe ein großes Problem damit, dass vier Polizisten nicht in der Lage waren, einen Afroamerikaner zu bändigen und der dabei gestorben ist. Das, das... Also das Wort bändigen, Bro, ist hier auf jeden Fall ganz, ganz fehlplatziert. Ganz aus dem Ruder gelaufen ist, aber ich kann mich hinter dieses Movement nicht stellen, weil ich nicht dafür bin, dass Leute durch die Straßen ziehen, Polizeiwagen zusammenschlagen, Polizisten zusammenschlagen, Läden ausrauben und die ganze Sache unter der großen, unter der großen Fahne des Antirassismus instrumentalisiert wird für ein paar Looter. Dahinter kann ich nicht stehen. Absolut deiner Meinung, gewaltsame Proteste gibt es und gewaltsame Proteste sind leider Gottes momentan die, über die sehr viel berichtet wird und es gibt diese Looter und es gibt diese Raids, aber im Großen und Ganzen ist diese Bewegung tatsächlich Ursprung eines, eines guten Kors, also das hat seine Berechtigung, dass sie da ist. Natürlich nicht in dieser gewaltsamen Form. Darum sage ich dazu nichts. Darum beziehe ich dazu keine Position, weil wenn ich das sagen würde, würde irgendein verficktes, anonymes Twitter-Profil mir schreiben, dafür wirst du gecancelt. Dafür schreibe ich deine Sponsoren an. Das kann man nicht sein, du bist für Rassismus. Das ist das, was daraus gelegt würde. Darum sage ich dazu nichts. Ich habe mir so viel Scheiße angesehen. Ich habe mir so viel, ich habe mir Reden von Killer Mike angesehen. Ich habe mir Governors und fucking Bürgermeister angeschaut, die Position bezogen haben. Der verfickte Präsident auf Twitter. Ich habe Dokumentation, Auszüge aus Reddit, Gewalt von A, Gewalt von B, überall Gewalt. Ich habe mir die Scheiße angeguckt und habe mich dazu entschieden, das nicht groß zu kommentieren, weil ich ein bisschen überfordert bin. Okay. Auf der einen Seite zu sagen, ich unterstütze diese gewaltsamen Proteste nicht und die gewaltsamen Ausschreitungen, absolut nachvollziehbar, absolut richtig. Gegenüber steht aber trotzdem das Movement, das Black Lives Matter Movement, was ja komplett unterstützungsworthy ist, weil es ja tatsächlich eine Daseinsberechtigung hat. Nur weil ich dieses Movement unterstütze und sage, ich unterstütze diese Leute in ihrem Kampf für mehr Rechte und Gleichberechtigung, heißt das nicht, dass ich gleichzeitig die Leute unterstütze, die hingehen und bewusst Leben zerstören, Leuten das Eigentum nehmen und sich daran bereichern. Nicht nur, weil ich überfordert bin, weil es alles voll davon ist, sondern weil das so ein aufgeladenes Thema ist, wo Gewalt erzeugt wirkt und dann gegen Gewalt provoziert und dann wieder Gewalt, es ist so insane. Dann gibt es Leute, die sagen, ja, das ist die Berichterstattung, kann man nicht glauben. Dann gibt es Leute, die sagen, aber guck mal hier und dann, es ist einfach nur fucking ridiculous. Hier geht es nicht darum, am Ende des Tages Leuten zu verbieten, ihre Position zu beziehen. Mir geht es darum, dass ach so woke Influencer Revi zum Beispiel anfangen, ihre Kollegen zu callen, wenn sie nicht eine Position beziehen, wenn sie einfach ihr Maul halten. Der Trend ist also das hier, um das mal in einen anständigen Kontext zu setzen. Das hier. Verachtung geht, Verachtung geht an dieser Stelle raus an alle Influencer-Kollegen, die bei Themen wie Minneapolis oder Hanau einfach mal, hey, ein Topf, zwei Probleme. Nein, es sind nicht zwei Probleme, es sind gewaltsame, rassistische Verbrechen. Das ist tatsächlich nicht gleichzusetzen, aber es geht letztendlich um die gleiche Motivation bei diesen Versprechen, äh, Verbrechen. What the fuck? Lass uns die da reinpacken und vielen anderen Gewaltverbrechen aus rassistischen Motiven immer noch schweigen und sich lieber aus welchen Gründen auch immer bedeckt halten. Hey, klar, warum sollte das, warum sollte das, warum halten Influencer das Maul? Weil wenn die nicht das sagen, was dir schmeckt, das sagen, was der Masse schmeckt, das wagen, was einer bestimmten Gruppe auf Twitter schmeckt, dann werden fucking Cancel-Name-Mails rausgesetzt. Darum sind die ruhig. Vielleicht sind die auch ruhig, weil die woke genug sind zu verstehen, dass ihr eigener Verstand nicht ausreicht, um dieses komplexe Thema von Epochen, von etablierten Rassismus in den Staaten zu umfassen. Vielleicht sind die deswegen ruhig. Vielleicht sind die ruhig, weil sie 2012 ruhig waren, weil sie 2014 ruhig waren, weil sie 2016 ruhig waren, weil sie 2018 mehrere Male ruhig waren, 19 und 20 auch, weil das ein super, unglaublich komplexes Thema ist. Gebe ich dir vollkommen recht, dass das Thema komplex ist, absolut richtig. Vielleicht sind die deswegen ruhig. Oder hier, lass uns Gender Equality schaffen. Für alle meine Mutuals, die in Zeiten wie diesen den Mund halten, habe ich keinen Respekt mehr. No fucking way. Weißt du, einfach nur aus Joke lasse ich euch den hier. Einfach nur aus Joke. Ich lasse den einfach da stehen. Ich lasse euch das einfach lesen. Ich sag dazu gar nichts. Die kompliziertesten Probleme werden auf die einfachsten Methoden runtergebrochen. Das nennt man verfickt nochmal Populismus. Also, ich lasse es einfach stehen. So, und jetzt haben wir so eine Situation. Leute, die sich fragen, warum ihre Kollegen ruhig sind. Und auf der anderen Seite, auf der verfickten anderen Seite, und so kritisch die Aussage ist, kann ich euch ganz einfach zeigen. Ich kann so ein Exemplarbeispiel zeigen, warum die ruhig sind. Weil die sowas sagen würden, wie das hier. Große Cancel-E-Mail. Mein Gott, die wurde schon ein paar tausend Mal geliked und ein bisschen mal retweetet. Also, lass uns mal gucken, was kompetente Social-Media-Experten, Influencer, denken, wenn sie ungebildet ihre Meinung in die Kamera brubbeln. Weil jeder unbedingt wissen will, was die sagen. Okay, das ist aber jetzt auch das Beispiel, was wirklich worst, worst case. Also, das ist, ja. Oh, let's fucking go. Mal gucken, kann ja nichts passieren. Dieses Thema sollte uns alle betreffen, auch nicht nur erst seit den letzten Tagen. Ich finde es sehr gut, dass es gerade so eine Welle schlägt. Generell dafür, für sowas ist ja Social Media echt gut, dass man endlich mal wichtige Themen die Aufmerksamkeit gibt, die, auch wenn es jetzt gerade ein Hype ist, der vielleicht viele nervt, aber das ist einfach mega wichtig und ich finde es auch nochmal wichtig anzumerken, dass Rassismus nicht nur dunkelhäutige Menschen betrifft, sondern auch genauso hellhäutige Menschen und ich teilweise auch von dunkleren Leuten teilweise auch rassistisch, rassistisch, die sagt einfach, die redet einfach nur, die redet einfach nur. Ja, muss ich eben beipflichten, ist einfach Hypocrisy, einfach irgendwas sagen, ist absolut richtig. Ich glaube, da muss man auch generell erstmal über die begriffliche Definition reden, Rassismus und Diskriminierung sind ja zwei Begriffe, die einen großen Unterschied haben in der verbalen Bedeutung. Rassismus ist eine Sache, die größtenteils oder eigentlich nur People of Color betrifft. Das ist Rassismus. Das heißt, als Weißer kann man Diskriminierung erfahren, per Definition, aber kein Rassismus. Das ist das Erste. Dass hier gerade Werbung läuft, da kann ich nichts für, das liegt an Twitch, nicht an mir. Hätte ich mal lieber meinen Vertrag besser gelesen. Das ist Schwachsinn, das ist so, doch. Warum sind Influencer ruhig? Warum sind Influencer ruhig? Ja, sie wurde nach ihrer Meinung gefragt. Ja, behandelt wurde, also auch schon sehr oft drunter gelitten habe, weil ich eben sehr weiß bin und das ist genau dasselbe. Also es gibt, beleidigt euch einfach nicht wegen eurer Optik und seid nicht rassistisch so. Das ist einfach komplett behindert Menschen wegen ihrer Herkunft. Behindert natürlich auch eine absolut beschissene Wortwahl hier. ...art, irgendwie fertig zu machen. Spoiler alert, wegen der Aussage wird sie gerade fertig gemacht, weil das Menschen nicht schmeckt. Ey, unabhängig davon, was ich davon denke. Die Scheiße wird massenhaft retweetet von Leuten, die sagen, jo, wie kannst du sowas sagen? Sie wurde danach gefragt. Sie sagt einfach nur, was in ihrem Horizont stattfindet. Das hat sie gemacht, weil wahrscheinlich hunderte Leute auf sie losgegangen sind und gesagt haben, sag mal deine Position dazu. Warum sind Influencer ruhig? Lass uns doch mal die Kernfrage stellen. Die Frau hat gedacht, sie ist relativ clever. Sie hat wirklich gedacht, sie hat sich für clever gehalten. Sie hat gesagt, ey, Rassismus ist scheiße. Es gibt übrigens, sie hat sich mega dumm ausgedrückt, am Ende will sie aber sagen, Rassismus, egal wie ihr ausseht, ist immer scheiße. Hört auf, die Leute zu diskriminieren wegen dem. Aber es spielt keine Rolle. Es spielt keine Rolle. Sie wird sogar in meinem Chat gecancelt. Sie wird sogar in meinem Chat gecancelt, weil es spielt keine Rolle, was sie sagt. Weil es nicht angemessen ist. Weil es nicht richtig ausgedrückt ist. Weil sie vorher nicht zwei Jahre rhetorisch getrainiert wurde. Sondern weil sie irgendein Girl ist, was irgendwo, irgendwie ein paar Follower hat. Denken die Leute, dass ihre hochkompetente Meinung, ihre hochfucking kompetente Meinung, was beitragen würde zu der aktuellen Debatte rund um Rassismus, Black Lives Matter und die Tatsache, dass Plünderungen in den Staaten stattfinden. Mein Gott, lass uns doch mal Beauty-Inflorenz und C-Fragen. Was denkt Bibi eigentlich darüber? Ey, wenn ihr eine Position habt, dann bezieht sie. Also wenn ihr dazu was zu sagen habt, dann sagt es. Aber womit ich ein riesiges Problem habe, ist die Aussage, dass nur weil man nichts sagt, in dieser hochkomplexen Debatte dafür ist. Weil man... Das habe ich an der Stelle natürlich nicht gesagt. Das habe ich so auch nicht gesagt. Das hast du mir so in den Mund gelegt, ne? ...man sich dazu nicht äußern kann, weil das eventuell passiert. Wir haben es hier gerade gesehen. Weil man eventuell einfach nur dämlich ist oder die falschen Worte wählt. Ich habe ein großes Problem mit dieser nur weil du nichts sagst, bist du dafür. Nur weil du dazu jetzt nichts sagst großer Verachtung. Wir können uns ja mal hinsetzen, Rehwi, in der Debatte. Gerne. Kein Problem. Dann kannst du mir mal erzählen, was du so denkst. Dann kannst du mir mal dein Hot Take zu Flüchtlingspolitik geben. Was soll schon passieren? Mal gucken, ob du die richtigen Worte wählst. Gerne. Lade ich jeden ein. Da bin ich tilt. Ich habe die Nacht wenig geschlafen. Da bin ich mega tilt, weil diese Diskussionskultur oder die Tatsache, sowas einzufordern, ist nicht nur frech, sondern auch mega dämlich. Mega verfickt dämlich. Und das, das geht mir auf... Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich Lust habe, eine Debatte mit jemandem zu führen, der so emotional geladen ist, der so auf einem beleidigen, herabfallenden, herablassenden und vielleicht sogar leicht narzisstisch angehauchten, aggressiven Niveau mit mir redet. Wisst ihr, was ich meine? Das will ich mir... Also das ist... Jetzt nicht, dass ich mich davor scheuen würde oder sowas, aber es ist schon... Ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Das wirkt schon ziemlich, ziemlich... Ja, kommt mir mit Ausrede, kommt mir mit Weiche, aber ihr wisst, was ich meine. Wisst ihr, was ich meine? Das ist auch kein Rückzieher. Ich stelle mich zu der ganzen Sache, nur ich möchte mich keiner weiteren unsachlichen und schwachsinnigen Debatte stellen. Weil wenn ich wirklich hier mehrfach als Idiot verfickt, 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 dann ist das tatsächlich eine Sache, wo ich ehrlich sage, das ist auch keine Diskussionskultur. Muss ich ganz ehrlich sagen. Auf den Sack. Ihr müsst nicht gut finden, was ich sage, aber wagt es euch einzufordern, dass Leute Position beziehen müssen. Wagt es euch nicht das zu tun. Bezieht eure Position. Macht es. Schreibt den ganzen Tag, was ihr denkt. Aber how fucking dare you? Einfordern? Nee. Sowas einfordern zu solchen Themen? Ihr seid so lost. Also, schwieriges Video. Ich muss ihm in einem Punkt recht geben, wenn es jetzt, also wenn es jetzt nicht um das Thema, was gerade aktuell ist, gehen würde, muss ich ihm komplett recht geben. Das Problem ist, dass das Thema, was wir momentan haben und die Ausschreitungen und diese ganzen Geschichten, die da stattfinden, man sieht es an Sony Loops, es gibt sicherlich Statements, die absolut nicht in Ordnung sind. Das sind absolut falsche Aussagen beziehungsweise unsachliche, nicht richtige Aussagen, die unreflektiert sondern einfach rausgeballert sind, weil da vielleicht jemand auf die Tube gedrückt hat. Und ich verstehe auch vollkommen, wenn man bewusst sagt, ich möchte mich nicht dazu äußern beziehungsweise kann mich nicht äußern, weil ich eventuell nicht genug darüber weiß. Für mich ist es aber eine andere Sache, weil ich das des Öfteren aufgrund meines Freundeskreises, aufgrund derer Herkunft, aufgrund von Leuten, mit denen ich unterwegs bin, sehr oft mitbekommen habe. Für mich war das eine selbstverständliche Sache, dass ich mich dazu äußere. Und zwar, weil ich selber des Öfteren mitbekommen habe, wie es diesen Leuten ergeht, wie dieser Alltagsrassismus stattfindet, nicht nur in den USA, in Deutschland auch, weil ich Solidarität zeigen wollte. Und es gibt tatsächlich auch Leute, die sagen, und da muss ich ein Stück weit vielleicht Recht geben, es gibt halt Mufen, das tatsächlich aussagt, wer sich nicht dazu äußert, wer stillschweigt, ist Mittäter. So weit würde ich nicht gehen. So weit würde ich nicht gehen, das finde ich zu viel. Und ich verstehe, wie gesagt, die Personen, die sagen, ich kann mich dazu gerade nicht äußern, weil das vielleicht eventuell nicht gerade in meinem Horizont liegt oder ich mich mit dieser ganzen Geschichte nicht ausreichend auseinandergesetzt habe. Aber man hat die Möglichkeit, sich entweder auf einem kreativen Wege dazu zu äußern über Kunst oder auch offen zuzugeben, hey, ich bin nicht genug in der Thematik drin, um dazu Stellung zu beziehen, kann mir eventuell gerade dazu jemand Punkte liefern. Kann mir eventuell gerade jemand erklären, was abgeht? Ich würde mich gerne informieren. Allein zu zeigen, dass man verstehen möchte, was passiert, ist für mich schon Solidarität genug. Wisst ihr, was ich meine? Sich gar nicht zu äußern ist sicherlich auch ein Weg, aber den finde ich hier nicht richtig gewählt. Den finde ich hier einfach nicht richtig gewählt und ich finde, das ist hier falsch. Das ist hier Fehlernplatz. Wie gesagt, für mich ist das eine Sache von Solidarität, diesen Leuten beizustehen, meinen Freunden, die davon betroffen sind, beizustehen und es gibt immer die Möglichkeit, sich über andere Kanäle, über einen Tweet, der jetzt in meinem Fall auch missverstanden werden kann sicherlich, zu äußern. Man kann sich tatsächlich auch offen und ehrlich dazu äußern, indem man sagen kann, hey, ich habe keine Ahnung dazu, kann mir eventuell jemand erklären, was gerade abgeht. Das zeigt alleiniges Interesse. Das zeigt Interesse. Wisst ihr, was ich meine? Und ich weiß, dass einfach ein Tweet nicht unbedingt jetzt die Welt verändert und ich weiß auch, dass ich jetzt mit einem Post nicht das Ganze gerade jetzt neu erfinde und diesen ganzen Ding jetzt einen neuen Aufschwung hier gebe, aber ich bin der Meinung, dass diese Formulierung von Verachtung hier sicherlich ein Stück weit gewagt gewesen ist, aber sie hat eines getan, sie hat Leute darüber reflektieren lassen und Leute haben mir darauf geantwortet. Sehr, sehr viele Leute zum Beispiel aus der Community von, also sehr, sehr viele Freunde von mir, sehr, sehr viele Freunde von Freunden, die selber davon betroffen sind, weil sie entweder dunkelhäutig sind oder aus einer, ähm, oder äußere Merkmale haben, die ihren Rassismus tagtäglich erfahren lassen, was auch immer, haben mir mit dieser Meinung zugestimmt oder mit diesem Tweet zumindest zugestimmt. Also die Leute, die es direkt betrifft, haben sich dafür ausgesprochen. Wie gesagt, ich kann nachvollziehen, dass man sich dazu nicht äußern möchte, aber ich finde bei so einem Thema, ich finde bei so einem Thema, ist es wirklich schwierig, gar keine Position zu beziehen. Also ich weiß es nicht, mir haben 10 Freunde, 10, 15 Freunde, die halt selber, wie gesagt, durch ständigen Alltagsrassismus, weil sie halt selber, die, 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 diese, ja, weil sie ja selber schwarz sind tatsächlich, ähm, haben sie gesagt, ey, ich bin dir dankbar dafür, dass du das so offen sagst. Und diese, diese, dieses Wort Verachtung war sicherlich sehr, sehr gewagt, hat aber als Triggerpunkt tatsächlich, ähm, funktioniert, hat funktioniert und ich finde es tatsächlich nicht verkehrt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, also, ähm, ich, wisst ihr, die, 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 die Bedeutung eines Wortes ist natürlich sehr, sehr, sehr weit zu umfassen. Ich hab mich eben auch hier an einer Kleinigkeit aufgegangen, wo er gesagt, bändigen, so Polizisten, bändigen, die stellen jemanden ruhig, so bändigen ist eine Sache, ne, ja, ihr wisst schon, was ich meine. Also, das sind alles Kleinigkeiten. Im, im Großen und Ganzen, äh, finde ich es tatsächlich gut, dass er das so offen und ehrlich sagt und ich verstehe seinen Punkt voll, muss ihm dabei einfach widersprechen, dass, ähm, es ist, wie erkläre ich das am besten? Also, passt mal auf. Ich war bis vor, bis vor einem halben Jahr, bis vor einem halben Jahr, ich rechtfertige mich nicht dafür, nein, 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 ich rechtfertige mich nicht dafür. Ich, ich gestehe ein, dass das auf jeden Fall sicherlich schwierig gewesen ist und auf jeden Fall sehr, 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 sehr viele Leute, äh, sich dafür noch auf den Schlips getreten fühlen, aber ich stehe nach wie vor dahinter. Ähm, also, passt mal auf, bis vor einem halben Jahr hätte ich das einfach genau so unterschrieben. Bis vor einem halben Jahr hätte ich das genauso unterschrieben, dieses Statement, bis ich mich umfassend damit selber befasst habe, indem ich mit Direktbetroffenen geredet habe, mich selber weitergebildet habe, was die Historie des Ganzen angeht und tatsächlich, ähm, mich damit mal beschäftigt habe, wie wichtig dieses Standing eigentlich ist, diese Solidarität zu zeigen. Wisst ihr, was ich meine? Ähm, und danach hat sich meine Sichtweise auf diese Dinge ein Stück weit geändert. Dahingehend, dass ich mitbekommen habe und auch an, also wirklich dabei gewesen bin, wie es Leuten geht. Wisst ihr, das ist das Problem. Das ganze Problem an dieser großartigen, an dieser Geschichte ist, dass wir als gebürtige Deutsche, Weiße, die, ähm, nie damit wirklich konfrontiert worden sind, das tangiert uns gar nicht. Das tangiert uns gar nicht, das geht uns eigentlich gar nichts an. Ich mach mal ganz kurz hier Submod rein, Leute. Der, äh, Chat, ähm, rattert hier gerade durch, komm nicht hinterher, das alles zu lesen. Ähm, dass man tatsächlich ganz oft als, als gebürtiger weißer Straight-Man, das hab ich auch schon gesagt, in diesem Land gar nicht damit großartig tangiert wird. Also man, man kriegt das de facto einfach nicht mit. Ja? Man kriegt das de facto einfach nicht mit und man, ähm, man, man, man merkt gar nicht, dass dieses, dass diese, diese Altersrassismus wirklich ein Thema ist. So. Und danach hab ich begonnen umzudenken. Ich habe begonnen umzudenken und habe nachvollziehen können, was für eine große Thematik das eigentlich für jemanden ist, der ständig davon betroffen ist, ja? Ähm, und habe mich dann mit Freunden hingesetzt, die genau in dieser Situation sind. Es gibt zum Beispiel einen Fall von einem Kollege und mir, wir waren in Hamburg, wir haben da gedreht auf der Reeperbahn und, ähm, ich bin ehrlich, bis ich, bis ich, sag ich mal, wie alt war ich, 22, 23 war, war ich in meiner Bubble auf dem Dorf und hatte nie Kontakt und das kann ich jetzt so sagen, das klingt jetzt schwierig, aber ich hatte nie Kontakt mit anderen Leuten beziehungsweise mit anderen Hautfarben, wisst ihr, was ich meine? Also zumindest war ich nie mit diesen Leuten befreundet, weil es einfach, der Faktor, bei unserem Dorf, es klingt dumm, aber es gab wenig Dunkelhäutige so, ne? Ähm, und wir waren also in dieser Kneipe und dann hat mein Homie gesagt, der der Kamerawand tatsächlich war, ey Bro, lass uns bitte gehen, lass uns bitte gehen, ich fühle mich hier nicht wohl, ich hab gesagt, hä, was ist denn so? Und dann hab ich wirklich mitbekommen, wie der Türsteher ihm halt das N-Wort hinterher gezichtert und wir an der Bar dann nochmal angemacht worden sind und ich dann mit ihm ins Gespräch kam und mit ihm darüber gesprochen habe und er mir erzählt hat, wie alltäglich das für ihn ist, wie alltäglich das für ihn ist, dass er ständig darunter, ähm, leidet, wie er ständig stigmatisiert wird, diskriminiert und mit rassistischen Worten und, äh, äh, gestiken tatsächlich ausgegrenzt wird, ja, und dass das für ihn Alltag ist. Ich war mir selber nicht bewusst, dass die, dass die, ähm, Verwendung des N-Worts als rassistische Floskel noch so oft in Deutschland Anwendung findet, wisst ihr, was ich meine? Ich war mir dessen selber nicht bewusst, ich hätte das nicht für möglich gehalten. Man merkt das aber erst, wenn man sich wirklich aktiv damit beschäftigt und mit den Leuten ins Gespräch kommt und genau deshalb habe ich da auch vielleicht so feinfühlig und emotional reagiert, weil ich weiß, wie diese Leute ständig darunter leiden und ich weiß, dass das Wort Verachtung hier ein ganz, 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 ganz scharf silbiges Wort ist, ein ganz, ganz schwieriges Wort, was, ähm, was, was wirklich sehr viele Leute getriggert hat, aber es hat tatsächlich eins bewirkt, die Leute haben sich damit auseinandergesetzt. nach wie vor, ich bin der Meinung, wenn man nichts zu dem Thema zu sagen hat, dann kann man immer noch offen sagen, hey Leute, ähm, ich kenne mich mit der Thematik einfach nicht aus, kann mich vielleicht jemand darüber aufklären. Ich sehe den Ansatzpunkt nicht ganz, wo Leute sagen, jeder, der schweigt, ist ein Mittäter, das ist wie gesagt eine, eine sehr, 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 sehr hartleidend Meinung, die größtenteils aus den USA kommt, die würde ich nicht zu 100% unterschreiben, aber ich verstehe zumindest ein Stück weit, woher das rührt. Das verstehe ich aber auch nur, weil ich mich mit diesen Leuten, mit Freunden, mit Betroffenen immer weiter unterhalten habe darüber und wir darüber debattiert haben und wir darüber gesprochen haben. Deshalb verstehe ich das, deshalb verstehe ich, warum dieser, dieser Konsens, dieses Meinungsbild überhaupt aufgekommen ist. Liegt größtenteils daran, dass diese Leute sich jetzt, oder ich sage immer diese Leute, dass sich die Black Community, wir sagen so wie es ist, dass sich die Black Community sich gerade genau das erwünscht. Die wünschen sich gerade diese Solidarität, die wünschen sich gerade, dass wir als Leute, die noch nie in unserem Leben ansatzweise, ansatzweise damit in Berührung gekommen sind, nicht outcallen, aber zumindest eine Position beziehen. Das wünschen sich diese Leute und genau dieses Feedback habe ich auch genau von dieser Community erhalten. Diese Leute haben mir dafür gedankt und waren froh, dass ich diese Worte so benutzt habe und ich verstehe vollkommen, dass sich eine Menge Leute daran stören, nach wie vor hat es aber wie gesagt eins bewirkt, es hat getriggert und die Leute haben darüber gesprochen. Ob das jetzt die richtige Wortwahl war oder nicht, stimme ich ihm zu, schwieriges Thema, absolut schwieriges Thema, aber ich weiß, dass das eine Menge Leute zumindest glücklich gestimmt hat, dieses starke Stellungsbeziehung und ich verstehe, dass sehr viele Leute, die ständig unter diesen Anfeindungen leiden, möchten, dass Positionen bezogen werden. Die möchten, dass Positionen bezogen werden, weil wir alle durchgehend von Black Culture geinfluenced werden. Wir hören deren Musik, nutzen deren Mode und so weiter und so fort, aber dann nehmen die es uns nicht raus, wenn es dann eventuell darum geht, mal was zu sagen. Also versteht ihr, was ich meine? Das ist so ein bisschen das, woran sich diese Community stört. Das ist genau das, woran sich diese Community stört, dass wir ständig deren Kultur zelebrieren, uns ein Teil als uns ein Teil von dieser Kultur sehen, selber aber nicht Solidarität zeigen, selber dazu nicht uns äußern möchten. Nochmal, diese Meinung ist wirklich, wirklich schwierig und ich wollte damit niemanden direkt outcallen und mit Verachtung ist immer noch ein super, super, super schwieriges Wort. Aber ich kann nachvollziehen, dass der Ruf nach solchen Dingen groß ist. und die Geschichte und die und die und die Historie des Ganzen ist ja schon sehr viel länger, das wissen wir ja alle, zumindest möchte ich hoffen, dass wir das alle wissen, als diese jetzigen Riots. Also das ist ja nicht so, als wäre das als wäre das jetzt was plötzlich Neues, Aktuelles. Das ist ja nicht der Fall. Und ich bin dankbar für jeden Einzelnen, selbst wenn es wirklich nur das Teilen des Hashtags ist oder das heutige Mitmachen am Blackout Tuesday, das sind alles kleine Zeichen, die man die man die man setzt, um Solidarität zu zeigen, um seine Reichweite dafür zu nutzen, Leute auf diese Thematik aufmerksam zu machen. Das finde ich wichtig. Genauso wichtig und also genauso schwachsinnig finde ich es, einen Gegen-Hashtag zu starten, der da heißt All Life Matters. Das geht mir, das geht mir nicht in den Kopf rein. Das geht mir nicht in den Kopf rein. Denn wir haben, ich hab da eben diesen Cartoon auf Twitter zugeteilt, diese Karikatur, diesen kleinen Comic. Wir haben ein unglaubliches Problem in dieser Community, ständiges Suppressing, ständige Diskriminierung, ständige Gewaltverbrechen an diesen Leuten und wir als White Culture oder ein Teil dieser White Culture nimmt sich heraus, zu sagen, äh, nicht nur Black Life Matters, All Life Matters. und das finde ich eine absolute Hypokrasie. Das finde ich absolut, absolut fehl am Platz. Es ist absolut schrecklich zu sagen, nee, 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 nicht nur schwarze Leben sind, äh, sind, sind davon betroffen, sondern alle Leben sind tatsächlich, ähm, sind davon jetzt, äh, ne, also alle Leben sind wertvoll. Nicht nur schwarze Leben sind wertvoll, sondern alle Leben sind wertvoll. Was in dem Kontext gar keinen Sinn macht, das macht überhaupt keinen Sinn, weil wir davon gar nicht betroffen sind. Das ist ja genau das, was ich eben gezeigt habe auf Twitter. Dieses brennende Haus. Warum sollte ich sagen, ich möchte mein Haus löcheln, wenn es nicht brennt? Ich helfe doch mit dem Löchwasser lieber der Person, wo das Haus brennt. Versteht ihr, was ich meine? Ähm, also wie gesagt, den Punkt kann ich verstehen, bewusst dieses Wort Verachtung genutzt zu haben, um da eventuell umdenken zu, äh, umdenken und, ähm, einen kleinen Trigger zu schaffen, dass Leute sich damit beschäftigen. Ich glaube, das hat ein Stück weit funktioniert. Sehe aber die Kritik vollkommen ein und, ähm, verstehe, was er damit meint. Ich glaube tatsächlich, dass diese, ich glaube, das ist komplett, ähm, komplett schwarz gewesen tatsächlich. Ähm, ich hab mich doch eben noch mit jemandem, ähm, drüber unterhalten. Wisst ihr, ähm, keine Ahnung, also, ich verstehe auch, dass ich muss, ich hab, ich hab jetzt zum Beispiel gestern auch sehr, sehr viel mit meinen Eltern drüber unterhalten und sowas. Ähm, ich habe sehr, sehr viel Support und sehr, sehr viel Rückhalt und sehr, sehr viel Danke von schwarzen Kollegen, von schwarzen Freunden von mir bekommen, die gesagt haben, ich find das, wie gesagt, cool. Und, das ist für mich ein Zeichen dafür, dass ich auf jeden Fall damit nicht ganz falsch lag, weil das die Leute sind, die es betrifft. und das finde ich wichtig, dass dieser, dieser Punkt irgendwie rübergekommen ist. Wir haben hier, wir haben eine Gruppe, ähm, von uns, von allen vom Label, da sind ja auch Musik, ähm, sind ja verschiedene Künstler untergesigned, unter anderem auch, ähm, dunkelhäutige, also schwarze. Und, ähm, wir haben, sag ich mal, eine Person bei uns im Label, die auf jeden Fall sagt, dass es wäre White Privilege, sich nicht dazu zu äußern. Wie gesagt, äh, verstehe ich, ein Stück weit den Ansatz, sehe ich nicht unbedingt so, aber, äh, ja, wie gesagt, es gibt immer die Möglichkeit, zumindest offen zu sagen, ich habe keine Ahnung dazu, ich habe keine Ahnung von dem Ganzen, ich würde mich gerne informieren, kann mir dabei jemand helfen. Also allein das Interesse, äh, zu, zu zeigen, an dieser ganzen Bewegung, und, diese ganze Bewegung, dadurch zumindest, auf den Plan zu rufen, finde ich doch nicht, verkehrt. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall, meine ganze Meinung dazu, ähm, ich würde auch unglaublich gerne, die Tage mal tatsächlich, mit, einem Kollegen, ich weiß nicht, was ihr dazu sagen würdet, ähm, mit einem Kollegen, oder mit zwei Kollegen, vor mir ist auch drei, vier, weiß ich nicht, darüber sprechen, die halt ständig diesen Dingen ausgesetzt sind, ganz offen, und nüchtern darüber sprechen, äh, weil auch sehr, sehr viele Leute, diesen Tweet ganz missverstanden haben. Viele Leute haben zum Beispiel gesagt, sie haben gesagt, pass mal auf, äh, willst du jetzt damit, oder, Leute haben zum Beispiel gesagt, das ist ein USA-Problem, das gibt es hier nicht. Punkt Nummer eins, da, da komme ich gleich nochmal zu. Viele Leute haben auch gesagt, ähm, was soll denn das jetzt, es gibt keinen Rassismus gegen Weiße, ähm, es gibt, es gibt dies und das nicht, also die Leute haben das wieder, sehr, 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 sehr verdreht, und, ähm, haben sich, haben sich halt Dinge dazu zusammengereimt, die eigentlich gar nicht so im Tweet standen. Ich glaube, sogar Monta hatte dazu was gesagt, hat es aber dann wieder gelöscht, ähm, weil es einfach nicht faktisch unbedingt zu einer vernünftigen Diskussion beigetragen hat. Ähm, ich würde wirklich gerne diese zwei Homies von mir mal mit dazu nehmen, und dann würde ich einfach gerne mal die beiden sprechen lassen. Ich würde die beiden einfach mal gerne sprechen lassen, und vielleicht erzählen, was im, was im Verlauf der letzten drei, vier Monate bei denen passiert ist. Und das sind Storys, Leute, die man sich so nicht vorstellen kann, die man so nicht mitbekommt, weil sie uns einfach nicht tangieren. Ich merke das selber. Ich merke das selber, dass, wenn ich zum Beispiel mein Auto an jemanden gebe, der einen arabischen Hintergrund, einen Migrationshintergrund hat, oder eventuell sogar Nordafrikaner, Schwarzafrikaner ist, ähm, dann wird diese Person mit einem Auto von der Polizei angehalten. Ich bin noch nie in meinem Leben, ich bin noch nie in meinem Leben mit einem Auto, mit meinem Auto angehalten worden. Wisst ihr, was ich meine? Ich fahre ein Auto für 200.000 Euro. Das ist jetzt hier No Flex. Das ist ein Auto, wo, was sich ein Mensch in meinem Alter normalerweise nicht leisten kann. Wo die Polizei normalerweise fragt, warte mal, warum fährt so ein junger Mensch so ein Auto, da stimmt irgendwas nicht. Ich bin noch nie gefragt, fragt worden, was machen sie beruflich, warum fahren sie dieses Auto, wem gehört dieser Wagen? Kollegen im Gegensatz, die einen Migrationshintergrund haben, ist das ganz, ganz anders passiert. Denen wird gefragt, wo haben sie dieses Auto her, machen sie bitte den Kofferraum auf, wem gehört der Wagen, was machen sie beruflich? Allein das, zeigt schon so ein Stück weit, diese Stigmatisierung, und, 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 diese Unverhältnismäßigkeit, wie gesagt, diese, diese Geschichte, als wir, als wir in Hamburg waren, hat mich unglaublich wach werden lassen, weil ich noch nie wirklich mitbekommen habe, beziehungsweise nicht noch nie, das schon, also ich stand schon face to face mit Neonazis und Nazis, und habe versucht mit denen zu reden, das hat nicht immer funktioniert, und, ähm, habe, habe da auch versucht, ein Gespräch zu suchen, das hat bei Weitem nicht geklappt, weil das auch sehr, sehr emotional geladen gewesen ist, aber wir waren da in einer öffentlichen Einrichtung, wir waren in einer Kneipe, ja, und, dass mein Kollege sagt, der 1,90 groß ist und schwarz ist, und sagt, Bro, können wir gehen, ich fühle mich hier unwohl, und ich sage, warte mal, was ist denn, und genau in dem Moment, man das dann mitbekommt, das hat mich dann doch umdenken lassen, das hat mich dann doch umdenken lassen, und mich mal reflektieren lassen, wie oft es doch diesen Alltagsrassismus gibt, gegenüber diesen Leuten, und wie oft doch diese Leute darunter zu leiden haben, und das finde ich krass, und das kriegt man aber auch wirklich nur mit, wenn man sich bewusst damit beschäftigt, ja, weil wie gesagt, uns, mich, betrifft das kein bisschen, kein bisschen, wirklich gar nicht, überhaupt nicht, ich habe noch nie, in meinem Leben, das habe ich auch gesagt, ich habe noch nie in meinem Leben, Rassismus erfahren, Leute haben dann wieder gesagt, willst du damit sagen, dass es keinen Rassismus gegen Weiße gibt, Diskriminierung gegen Weiße, gibt es, ja, aber, das sind ja auch wieder Fälle, wie beispielsweise in Südafrika, und das hat ja auch eine lange Historie, wir sind da runtergegangen, da runtergegangen, sind da runtergegangen, haben das Land kolonialisiert, haben denen das Land genommen, und haben uns da eingenistet, und diese Leute versklavt, haben ein Apartheid-System aufgebaut, und haben uns als Herrenrasse, das ist die damalige Formulierung gewesen, historisch, aufgespielt, als wären wir Götter, und das ist natürlich jetzt, nach diesen 120 Jahren, systematischer Unterdrückung, diesen, 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 diesen umgekehrten Rassismus gibt, oder diese umgekehrte Diskriminierung gegen Weiße gibt, ist nicht richtig, aber, der Historiegeschuldet, ein Stück weit nachvollziehbar, findet ihr den nicht auch, wenn man sich, das einfach mal anschaut, ja, und, ähm, ich finde es immer noch schrecklich, es bricht mir, wirklich das Herz, zu sehen, wie, ein, hilfloser Mann, der sich nicht wehrt, am Boden, ist, auf seinem Hals gekniet wird, das war ja der ausschlaggebende Punkt, und einfach nach 8 Minuten Todeskampf, nachdem er sich eingenässt hat, nachdem er seine Körperflüssigkeiten entleert hat, stirbt. Das hat mir wirklich das Herz zerrissen. Und ich kann verstehen, dass diese Proteste gerade so ausschreiten, weil die Leute sind fed up mit dem Scheiß. Ich unterstütze um Gottes Willen, keine gewaltsamen Proteste. Ich unterstütze das nicht. Weil eine Menge Leute ihre Existenzgrundlage da verlieren. Aber ich kann ein Stück weit nachvollziehen, dass diese Proteste so eskalieren. Und das ist jedes Mal so gewesen. Das war damals in den 1960ern so, oder in den 1980ern so in New York. Das war in den 90ern so in LA. Das ist bis dato immer so gewesen, wenn es sowas gab. Weil sich an diesem System nichts ändert. Es ändert sich nichts an diesem System. Es gibt immer wieder Cover-Ups. Es gibt immer wieder irgendwelche Investigationen, die sagen, ja, aber George Floyd hatte Drogen im Blut und hatte Kreislaufprobleme und ist daran gestorben. Das ist die Obduktion der Polizei gewesen. Die private Obduktion ergibt jedoch, dass der Mann einfach jämmerlich erstickt ist. Wisst ihr, was ich meine? Es gibt immer wieder, nochmal, dieser Polizist, dieser Polizist, der diesen Mann da auf der Straße, und das sage ich jetzt sehr, sehr, sehr kritisch, dieser Polizist hat diesen Mann ermordet. Der hat ihn quasi de facto hingerichtet. Dieser Polizist hat eine langjährige Historie als Rassist. Dieser Polizist ist dafür bekannt. Dieser Polizist hat schon auf andere Leute geschossen. Ohne Ankündigung, ohne alles. Dieser Polizist ist schon öfters auffällig gewesen. Und trotzdem hat dieser Mann immer wieder die Möglichkeit gehabt, seinen Dienst vorzusetzen. Dieser Mann wurde nicht quittiert. Dieser Mann wurde nie für seine Verbrechen angezeigt. Und das nur, weil er sich unter dem Deckmantel der Polizei als Rassist frei entfalten konnte. Und das ist für mich schrecklich. Und jetzt schreibt SimSunter, man kann doch mal Fehler machen. Das ist nicht ein Fehler. Dieser Mann hat das systematisch über Jahre hinweg gemacht. Über Jahre hinweg ist dieser Polizist hingegangen und hat Schwarze unterdrückt, hat seine Polizei, seine, 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 seine Macht ausgespielt, um Leute zu verletzen. Einfach nur, weil er ein Rassist ist. Einfach nur, weil er Hass auf andersfarbige, auf andersstämmige Leute hat. Und das ist krass. Und das ist krass. Und, dass Leute, wie gesagt, dann sagen, das ist nur ein USA-Problem, liegt einfach ein Stück weit daran, dass wir selber gar nicht mitbekommen, was bei uns überhaupt abgeht. Weil wir selber davon gar nicht betroffen sind. Weil wir selber so sehr in unserer Bubble sind, dass wir vergessen, wie es eventuell anderen Leuten dabei geht. Und ich musste mich auch damit intensiv befassen, um zu erkennen, dass es diesen Rassismus auch hier in Deutschland gibt. Sicherlich nicht und hoffentlich nicht so ausschweifend und so extrem wie in den USA. Aber trotzdem haben wir dasselbe Problem hier. Und das gilt nicht nur gegenüber Schwarzen, das gilt gegenüber sämtlichen Menschen, die nicht weiß sind. Und Themen wie Sexismus und Homophobie und sowas spielen da natürlich auch nochmal eine Rolle. Wie gesagt, wir haben zum Glück hier keine Polizisten, die so hart umspringen mit Verbrechern. Aber ich kenne auch Geschichten von Kollegen, die ausländischer Herkunft sind, die einen Migrationshintergrund haben, die mir erzählt haben, dass sie unsachgemäß behandelt worden sind. Die mir erzählt haben, dass mit ihnen einfach nicht fair umgesprungen worden ist, dass sie einfach härter angegangen worden sind als eventuell ihre deutschen Freunde. Und das passiert hier auch. Rassismus, gerade der Alltagsrassismus ist ein unglaublich schwieriges und komplexes Thema, stimme ich ihm nach wie vor zu. Und es ist immer wieder wichtig, sich ins Gewissen zu rufen, dass wir selber davon nicht betroffen sind, weil es uns einfach nicht, dass wir selber, ich fange den Satz nochmal neu an, dass wir selber davon gar nicht, darunter gar nicht leiden, weil es uns, wie gesagt, nicht betrifft. Also wir sind quasi, wir kriegen das nicht mit, wir kriegen das nicht mit, wir denken, es existiert nicht, weil wir es nicht am eigenen Leib erfahren. Und das ist das Problem. Und das ist das Problem, dass man, dass wir in unserer Bubble ein Stück weit haben. Deshalb finde ich es persönlich wichtig, da ein Statement zu beziehen. Die Wortwahl, wie gesagt, schwierig, stimme ich zu. Aber im Großen und Ganzen finde ich es schön und wichtig, wenn dazu doch Stellung bezogen wird. Ich weiß nicht, vielleicht seht ihr das an, ich glaube, ich mache den Sub-Rund nochmal raus. Keine Ahnung. Es ist wirklich ein sehr schwieriges Thema und da gebe ich ihm recht. Vielleicht war meine Formulierung da nicht unbedingt die beste, aber es hat zumindest, wie gesagt, dazu beigetragen, dass hier darüber gesprochen worden ist. Ihr könnt gerne mal, wenn ihr die Möglichkeit habt, mit Betroffenen darüber sprechen. Und glaubt mir, diese Leute werden euch danken dafür, dass ihr diesen Menschen bei so einem Thema Aufmerksamkeit und Gehör schenkt. Weil das ihnen sonst nicht widerfährt. Weil wir denken, es ist alles in Ordnung, weil wir es nicht mitbekommen. Und das ist de facto nicht der Fall. Das ist de facto nicht der Fall. Keine Ahnung. Also, es hat bei mir auch gedauert. Es hat bei mir auch gedauert, bis ich an dem Punkt war. Aber setzt euch damit auseinander, sprecht mit Betroffenen und ihr werdet merken, dass das für sehr viele Menschen eine unglaubliche Hürde im Leben darstellt. Eine unglaubliche Schikane. das fängt bei Bewerbungen an, dass sich bestimmte Minderheiten nicht trauen, ein Bewerbungsbild anzugeben, ein Bewerbungsbild abzugeben und so weiter und so fort. Es wird immer wieder von Chancengleichheit gesprochen, dass wir doch alle die gleichen Chancen auf Bildung haben und so weiter und so fort. Aber das ist de facto nicht wahr. Das ist de facto nicht wahr. Keine Ahnung, also unterbewusst bevorzugt jeder seinesgleichen. Ganz schwieriges Statement, Bro. Ich bevorzuge nicht meinesgleichen, ich bevorzuge Menschen. Ich bevorzuge Leute, die mir gleich gesinnt sind. Ich bevorzuge offene und herzensgute Menschen. Da ist es mir scheißegal, welche Herkunft diese Person hat. Oder ist es mir scheißegal, welche Sexualität diese Person hat. Hauptsache ich und diese Person kommen gut miteinander klar. Wir haben einen Vibe und verstehen uns und kommen miteinander gut aus. Und da ist es komplett egal, wie diese Person aussieht, wie diese Person spricht, wie diese Person riecht, wie diese Person isst, wie diese Person liebt. Mir ist nur wichtig, dass diese Person kein Arschloch ist. Ganz einfach. Ganz, ganz einfach. Ich gehe noch ein bisschen auf den Chat dann. Ich finde das gerade sehr interessant. Gibt es hier, ich würde es einfach mal gerne reinfragen in den Chat. Gibt es hier Menschen, gibt es hier Leute, die sich diesen Schikanen, diesem, 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 ähm, dieser Diskriminierung, diesem Rassismus oftmals ausgesetzt sehen? Die eventuell, weiß ich nicht, eine andere Hautfarbe haben, eine andere Religion haben, vielleicht einen Akzent haben. Das würde mich jetzt einfach mal interessieren. Schreibt vielleicht noch dazu, wie sich das äußert, wo das vielleicht herrührt. Ja, weil ich Muslime bin. ja, seht ihr, es ist nicht, es ist kein Thema, was man nicht thematisieren kann. Es ist nicht weg. Es ist allgegenwärtig. Es ist allgegenwärtig und, ähm, sehr, sehr, sehr viele Menschen in unserem Land leiden darunter. Und, ähm, ich finde es, wie gesagt, wichtig, seine Stellung dazu zu beziehen. Bis zu, ich, äh, meine, meine, meine Frage, ich bin jetzt ganz oft gefragt worden, was für eine Religion ich habe. Ich bin aus der Kirche ausgetreten, bin, ähm, zwar katholisch gewesen, aber nie auch großartig gläubig gewesen. Bin auch nie in einem katholischen Haushalt aufgewachsen. Meine Eltern haben sich nichts ausgemacht, ich auch nicht großartig. Von daher bin ich, äh, ich gehöre keiner Konfession an. Ja, gläubig bin ich tatsächlich, aber, äh, das ist ein ganz, ganz umfassendes Thema. Ähm, ich, äh, ich nicht, aber ich habe ein paar Kollegen und wurden von Sitzlegen verprügelt, weil er sie angeschaut hat. Ich werde gemobbt, weil ich, Inländer? Inder meinst du wahrscheinlich, ja. Ähm, aber meint es der nicht was mit Fonsoren, die abspringen? Ja, aber wenn ich jetzt dafür, also wenn mich jetzt ein Sponsor dafür canceln würde, dass ich mich offen gegen Rassismus ausspreche, dann will ich mit dem Sponsor auch nicht zu tun haben. Ja. Ja, ich wurde als Südamerikaner bezeichnet, weil meine Augen asiatischen Merken waren. Okay. Okay. Also wie gesagt, immer noch ein großes, großes, ähm, Problem, an dem wir wirklich arbeiten müssen. Ich bin aber stayt trotzdem dankbar für das Video, verstehe das vollkommen, akzeptiere das und, ähm, verstehe, verstehe wie gesagt, wo das Ganze herrührt. Also das ist für mich nachvollziehbar. Ja, definitiv. definitiv nachvollziehbar. Gut, ähm, ähm, Max hat hier gerade noch was geschrieben. Ich wurde von der 5. Klasse bis zur 12. Klasse die ganze Zeit als Hitlerschwein bezeichnet, da ich gebürtig aus Österreich komme und hatte damals nur einen Freund, der schwarz war, der wurde damals einfach zusammengeschlagen, weil er schwarz war und dadurch ist er leider gestorben. Max, ist das eine echte Story, Digga? Krass. Also wenn das jetzt wirklich stimmt, mein Beileid, mein krankstes Beileid an der Stelle, ähm, wenn das wirklich so gewesen sein sollte und ich denke nicht, dass du dir sowas hier einfach ausdenkst, dann großes Beileid und das sind leider Gottes, wie gesagt, keine, keine Einzelfälle. Ja. Ich habe ja Asiate herkommt und werde sehr oft Katzenesser oder so genannt. Ähm, teilweise bekomme ich anders abwertende Kommentare, vor allem was Übergewicht angeht. Ich persönlich finde, dass man keine Person abweisend beleidigen muss, egal woher meine Person kommt, klein, groß, dick, oder denn Mensch ist Mensch und ich frage mich und ich finde, jeder sollte gleichbehandelt werden. Wie gesagt, das geht, das ist generell ein großes Problem. Ähm, das geht nicht nur, das geht nicht nur um, 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 um dunkle Leute, sondern generell um Rassismus, aber klar ist das Thema gerade hier extrem aktuell. Ich weiß nicht, Leute, also ich, ich, ich tue mir damit unglaublich schwer. Ich würde mir einfach wünschen, dass sich viel mehr Leute damit umfassender befassen, äh, umfassender damit auseinandersetzen. Ja, also wirklich, es klingt, es klingt dumm, aber man, man, man bemerkt es doch erst, wenn man es selber sieht. Also fast schon, fast schon wie was, wie, wie eine Art Rollentausch einen Tag lang. Das sind Kleinigkeiten sicherlich für, für diese Menschen mittlerweile geworden, weil sie so alltäglich sind. Aber das sollte keine Kleinigkeit sein. Es sollte keine Kleinigkeit sein, ständig das N-Wort genannt zu werden. Es sollte keine Kleinigkeit sein, ständig als Kanacke bezeichnet zu werden. Es sollte keine Kleinigkeit sein, ständig als Schwuchtel, weil man, äh, eine, eine andere sexuelle Orientierung hat, betitelt zu werden. Das sind keine Kleinigkeiten. Das ist genau dieser Altersrassismus, der stört. Wisst ihr, was ich meine? Und genau das ist es halt. Diese Menschen sind fast schon mittlerweile daran gewöhnt. Ich werde, ich werde die Tage wirklich mal einen Kollegen von mir fragen, ob er nicht Zeit hat, sich damit eventuell auseinanderzusetzen mit mir. Da setzen wir uns hier mal hin und wir reden darüber. Ich bin auch heute sehr oft für meine, ich hatte heute tatsächlich gesagt, ich möchte nichts großartig posten. Ich habe, ähm, heute was gespendet tatsächlich an die, ähm, Black Lives Matter, ans Black Lives Matter Global Network. und bin sehr, 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 sehr oft dafür angefeindet worden, dass ich, äh, dass ich das öffentlich gemacht habe. Dass ich mir herausnehmen würde, mich als Heiland darzustellen, dass ich mir herausnehmen würde, ähm, mich als Gutmensch darzustellen, als Ehrenmann, dass ich das doch nur machen würde, weil ich, ähm, hier ein paar Follower abgreifen möchte, dass ich das nur machen würde, weil ich einfach, äh, weil ich, weil ich hier als Opportunist ganz klar sehe, da kann ich schnell ein bisschen Image, ein bisschen, äh, ein bisschen Image, äh, ein bisschen Image abgreifen. Und, das ist natürlich völliger Bullshit. Das ist natürlich völliger, völliger Bullshit. Diese ganze Geschichte, dass ich da heute gespendet habe, dass ich sie öffentlich gemacht habe, ich hab mir auch wirklich Gedanken gemacht, ob ich das überhaupt öffentlich mache, war aber auch für mich wieder ein kleines Statement, weil ich das von keinem anderen gesehen habe, aus der Riege. Weil ich das von keinem anderen gesehen habe und mir da auch wieder ein bisschen bei gedacht habe, na, vielleicht motiviert es irgendjemanden, es mir gleich zu tun. Ich hab sehr, sehr oft, und das sag ich jetzt nicht, um mich hier zu profilieren, ich habe sehr, sehr oft gespendet und Charity unterstützt, ohne da so ein Ding draus zu machen. Na, wenn ihr wollt, kann ich da von mir meine, meine, meine Steuer, meine Steuererklärung vom letzten Jahr rausholen. Ähm, einfach, weil ich das aus Überzeugung getan habe. Aber ich fand es in dem Fall wichtig, weil ich es vorher noch nicht gesehen habe von jemandem aus, äh, unseren Kreisen. Hm. Und, ähm, mir wurde vorgeworfen, lolorko, Dankeschön, Bro. Vielen, vielen Dank, Digga, für diese Dono. Gehe ich gleich nochmal drauf ein. Dankeschön, Bro. Ich muss mich kurz beherrschen. Ähm, die Leute haben mal gedacht, ich habe das sogar als Flex gemacht, um zu zeigen, dass ich viel Geld habe. Also, jetzt an der Stelle mal ganz kurz. Jeder, der nicht auf den Kopf gefallen ist, und das will ich jetzt auch wieder nicht profilierenderweise sagen, der weiß, dass es mir finanziell nicht schlecht geht. Der weiß das. Ich mache das nicht, um zu flexen und um zu sagen, Bro, guck mal, wie viel Geld ich habe. Ich spende jetzt hier was. Sondern ich mache das, weil ich hinter der Sache stehe und hoffe, dass ich damit Leute erreichen kann, es mir gleich zu tun. Ich hätte mir gewünscht, dass der ein oder andere das Gleiche vielleicht getan hätte. Wisst ihr, was ich meine? Ich habe darunter sogar nochmal verschiedene Organisationen verlinkt. unter einem Tweet, die alle wirklich ganz gut referiert und recherchiert sind. Ich habe mich auch, wie gesagt, bewusst dagegen entschieden, den Minnesota Freedom Fund zu nehmen, weil dieser halt momentan einfach nicht hinterherkommt und so ein Batzen Geld hat. Und da habe ich die Spende dann lieber allgemein gehalten und an diese Foundation gespendet, die das Ganze dann halt aufteilt. Der Minnesota Freedom Fund ist tatsächlich ein Fund, der hingeht und die Kautionen für Leute zahlt, die während dieser Proteste oder auch generell für Leute, die sich die Kaution nicht leisten können, die festgenommen worden sind. Das ist auch ein sehr schwieriges Thema, weil da sicherlich noch der eine oder andere ist, der die Kaution besser nicht zahlen sollen sollte, weil er was Kriminelles getan hat. Aber ich glaube, es geht jetzt darum, größtenteils um Leute, die zu Unrecht bei Protesten festgenommen worden sind. Und ich bin ehrlich, mich nervt diese Ungerechtheit, mich nervt diese dieses ständige mich betrifft es nicht, weil ich es nicht mitbekomme, Mentalität und mich kotzt es an und deshalb habe ich mich so dazu geäußert und deshalb habe ich mich so dazu postiert. Aber wie gesagt, ich kann das nachvollziehen, dass man das anders sieht, weil man einfach noch nicht so tief in der Materie drin ist, wenn ich das so sagen kann. Weil man einfach nur nie daneben stand, als sowas passiert ist. Aber glaubt mir eins, wenn ihr einmal mitbekommt, dass einem Menschen, an dem euch etwas liegt, so etwas widerfährt und ihr seid daneben, dann überdenkt ihr euch. Dann überdenkt ihr eure Meinung und dann überdenkt ihr eure generelle Haltung dazu. Und dann reflektiert ihr und versteht, dass das Ganze doch ein größeres Problem ist, als wir eigentlich wahrhaben wollen. So. Soviel zu der Nummer. Stay. Ich bin dir trotzdem, wie gesagt, dankbar. Respektiere deine Kritik vollkommen. Und wenn du möchtest, können wir gerne mal über diese ganze Thematik sprechen. Wenn du dann möchtest. Nachvollziehen kann ich es. Wie gesagt. Absolut. Ich werde das die Tage mal machen, Leute. Ich werde das die Tage mal machen und einen Homie von mir mit dazuholen, der selber Musiker ist, der selber sehr, sehr oft unter diesen Anfeindungen leidet, der auch ein sehr, sehr ironischer Charakter ist, der sich auch nicht den Mund verbieten lässt und der auch selber ganz, ganz offen und cool damit umgeht tatsächlich. Jemand, der zumindest durch eine gewisse Portion Selbstironie weiß, wie er damit umzugehen hat. So lol, Orko, Digga. Dankeschön für deine 111,01 Euro als ein Vorbild und Rolemodel einer ganzen Generation Respekt und danke dir für den Livestream zu diesem speziellen Thema. Ehr auf Herz. Danke für deinen Support, Bro, für deine 111 Euro. Timo JB, der Kampfstier, der Nixxopixie, Johan, Lux, Tsai Tsai, Nudelklan, Laster, Mr. Hippie, Gurken, Captain Horn, Smiley-Typ, Q-Babe, Pito, Kani Gaming, der Geschichtenerzähler, Panda is Lost, Zigzag, Schnipsel, Goonplay, Blaus, äh, äh, Goonplay, Blaus, Coolhandy, der Bratan Jamie, Gejuckt mich nicht, Laura, Effektproblem, Sebi, Holuris Gaming, Klaro, Maumax, Kali-Lol, Minecraft J, Dankeschön für eure Subs. Kuss auf euer Auge. Max der Krasse, Dankeschön für deine ganzen Bits. Vielen, vielen Dank, Mann. Ähm, was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Äh, vielen, vielen Dank für euren Support und, ähm, eure, eure Offenherzigkeit und vor allen Dingen, eure Muße, sich das hier zu geben und mit mir da offen drüber zu debattieren und zu reden. Vielen Dank, Mann. Finde ich wichtig. Dankeschön. Wirklich. Ich weiß das sehr zu schätzen. Nicht nur im, ähm, im, im, also nicht nur unterm finanziellen Aspekt, sondern vielmehr weiß ich zu schätzen, dass ihr euch das hier reinzieht und mir zuhört. das weiß ich wirklich sehr, 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 sehr zu schätzen. Und nein, das ist leider nicht normal. Viele Leute wollen sich nämlich genau diesem Talk entziehen und sich diesem nicht aussetzen. So. 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 So.